Was haben wir heute gemacht? Morgen? Wir sind rausgegangen und dann haben wir eine Spiele gemacht. Was für eine Spiele? Blubblub 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 Und nachher? Und dann hat es zum Morgen gegeben und dann hatten wir noch ein bisschen Pause und dann haben wir so eine Spiele gemacht mit mit den mit den Sportminzen und dann mussten wir sie sammeln und irgendwie so Sachen kaufen. Das haben wir am Nachmittag gemacht. Genau, das Glendgame. Und was haben wir am Morgen gemacht? Ich weiss was. Am Morgen hat es jetzt zum Morgen gegeben und dann dann haben wir eine Pause gehabt und dann haben wir verschiedene Sachen gebastelt. Spielen dann haben wir ein Teelichter gemacht. Ein Teelichter gemacht. Dann haben wir noch die Bösten verschiedene und dann haben wir also Kettchen machen. Z.B. das. Kettchen und Portemonnaie. Portemonnaie. Ja, und dann haben wir noch ein Teelichter gemacht. Und eine Wespe fallen. Man hat auch man hat auch Knoten machen können und der Strick hat dann den Baum drauf und dann haben wir hochkettchen können. Genau. Und was wollen wir noch machen? Das Nachdessen? Das Nachdessen. Das Nachdessen. Wir haben am Schluss noch ähm... Am Schluss haben wir noch so eine Knoten gemacht. Und dann haben wir... Also sind wir früher als die andere Gruppe fertig gewesen und haben wir noch ein Leiserschwert gemacht. Und was hat euch am besten gefallen? Mir hat am besten gefallen, das mit der Sportmitte. Glant Game. Das Gleiche. Wir auch das Glant Game. Wir auch das Gleiche. Glant Game. Wir auch das Glant Game. Glant Game. Wir auch. Alles Glant Game. Ja. Also... Tschüss!